Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft RedWars mit mir, dem Torben. Wie ihr seht, spielen wir Paluten, Größe 4x4 und das Ganze mit mir. Oh Mann, das hat sich gereimt, ey, das war ja optimal. Ja Leute, was ich euch jetzt direkt zum Anfang mal sagen will, ist, dass ich mo- Ich wurde gekickt. Jo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft RedWars mit mir, dem Torben. Wir spielen auf der Map Bergwerk 4x4 und was ich euch jetzt direkt am Anfang mal sagen wollte, ist, dass ich morgen nicht hier bin. Ich bin im Sauerland in Winterberg Snowboard fahren und ja, also muss ich gucken, ob ich es schaffe, dass über morgen ein Video kommt. Aber ich denke, ja doch, ich krieg's hin. Auf jeden Fall, jetzt spielen wir BadWars 4x4, Bergwerk, ihr wisst Bescheid. Bergwerk kam auch schon gestern mit Flori, wenn ich drüber nachdenke, aber es macht ja nichts. Denn diesmal ist es mit mir alleine, das heißt, wir können... Nee, ähm... Warum kriegt ein Mensch hier einen Bann, weil er Hitler gesagt hat? Nee, keine Ahnung. Ähm... So. Cool, ich bin wieder im geile Team Grün. Obwohl ich einen roten... Boah, Bombe. Ja, mit Team Grün habe ich nie gute Erfahrungen. Im letzten Team Grün, in dem ich drin war, haben wir... Das waren die Inkompetenzspieler hoch 5, die es nicht gebacken gekriegt haben, sich in die Mitte zu bauen, die einfach nichts gebacken gekriegt haben. Vielleicht sind das nur Vorurteile, die ich hier gegen grüne Teammitglieder habe, aber ich besitze sie. Und, ähm... Ja, da sieht man auch schon den Weiß, dass es in Grün tatsächlich nur Opfer gibt, die zum Beispiel runterspringen. So, wenn jetzt keiner baut, dann... Nein, hat der jetzt nicht... Genau das habe ich gemeint. Ach man, das ist wieder so typisch. Das ist wieder sowas von typisch. Jetzt haben die den ersten Bogen. Komm, wir haben nichts. Geilo. So, das ist richtig Team Grün. Weißt du, wenn ich an sowas denke, dann denke ich an Team Grün. Genau das verbinde ich mit Team Grün. So. Bauen wir hier eine kleine... Ja, spring einfach drüber, dass mich die Dritte nicht zu Ende bauen. Richtig so. So, wir haben nämlich... Ich habe das extra so gemacht, dass man keinen Fall Damage bekommt. Kein Falsch an. Und so, den Gelben lasse ich natürlich hier am Stizzle. Weil wir müssen alle hier durchflaschen. Ja, jetzt kriegt hier jeder ein paar Schläge ab, aber das juckt hier auch keinen. Dankeschön, lieber Gelber, dass du die Arbeit hier für mich übernommen hast. Okay, einer down. What the fuck? Das kannst du mir doch jetzt nicht erzählen. Oh, Grün on the road. Gut, Alter, grün ist auch bei uns hier mal am Stizzle. Wow, 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 what? Ja, sehr geil. So, Lederhelm für die Sicherheit natürlich. Hatte ich gerade nicht dabei. Das zeigt jetzt bitte keinem Kind, dass unter so und so viel Jahren ist. Weil man muss natürlich immer einen Helm aufhaben. Egal was man macht. Weil man könnte ja zum Beispiel immer gegen eine Wand rennen oder so. und ich glaube nicht, dass man das will. Okay, Team Rot hat nichts soweit. Also kein Gold zumindest. Eisen haben sie natürlich, aber kein Gold. So, ich werde jetzt natürlich mein Bestes geben, um deren Bett abzubauen. Amino, Freunde, gibt es ja einen, der Amino heißt. Es heißt nur eine Albatross SG. Der spielt immer Survival Games und ist ein Albatross. Nee, die Hermine kommt. Die Hermine. Ich bin tot. Nur wegen der Hermine, ey. Boah. Wer hat Amino das Scheiße geschrieben? Aber nur das Kacke. Okay. Ähm. Gelb hat das geschrieben. Okay. Die ganze Amino Kacke hatten wir schon viel früher. Muss ich mal ganz kurz anmerken. Also ich und meine Kollegen, wir hatten eine Arma 3 Gang, die Amino hieß und wir haben jedes Mal, wenn wir einen ausgeraubt haben oder ähnliches gemacht haben, haben wir einfach den Armin des Samenodid abgespielt. Und ähm. Ja, ich finde das echt nicht cool jetzt, dass alle denken, das kommt von UNDE. Nein. Ähm. Wir haben das natürlich nie gezeigt. Keine Reichweite weiter hatten wir. Oder ähnliches. Deswegen. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung, wenn das nur ähm. Ähm. Und gemacht. So. Ich bin da und der Stesel. Kriege ich den hier vielleicht noch? Danke. So. Das war mein Ziel. Was anderes habe ich nie gewollt. Da kommt auch schon der Gelbe, der hier am Start ist. So. Mal gucken, ob wir den kicken können. Wir holen uns mal lieber hier so ein Rückstoßknüppel. Die Knüppel. Okay. Ist tot. Sehr gut. Das war's dann wohl von ihm. Vom Albatross. Das war's. Ähm. Ähm. Ja, was der Rote da machen will, das verstehe ich aber nicht. Der kriegt jetzt erstmal einen schönen Weiten Hieb von hinten in den Rücken. Oh. Ich habe ihn mit einem Stock erschlagen. Also da kann man jetzt wirklich erschlagen. Ich habe ja noch nicht mal runtergekickt hier den süßen Burschen. Ihn habe ich runtergekickt. So. So. Kriege ich ihn jetzt auch noch runtergekickt, bevor der sich equippt. Machen Abgang. Gelber. Danke Gott im Himmel. Okay. Er macht jetzt Bursperm. HDLP. Er hat mich noch gekriegt, aber er ist auch dort. Team Gelb wurde vernichtet. Das ist gut. Sehr gut. Boah. Alter. Ich sehe gerade. Ich bin. Hier bin ich richtig hell. So wäre das glaube ich besser gekommen, oder? Oh. Oh. Egal. Juckt mich nicht. Er ist natürlich stark, Torben. Ja gut, dann ist die Facecam halt eine richtig hässliche. Ich hoffe, das juckt euch nicht besonders. Ach komm. Hauptsache das Gameplay stammt. Früher hatte ich gar keine Facecam und es kam gut an. Also nicht so gut wie jetzt, aber es kam trotzdem gut an. Blau baut sich ja nicht irgendwie zu uns. Ne. Ne. Unser Bett ist auch spitze eingebaut. Richtig dürfte. Ähm. Aber das brauchen wir natürlich auch nicht, weil wir einfach keinen zu uns lassen. Das ist, ähm, die, ähm, so verteidigt man den Bad Horse gut. Indem man einfach keinen zu... Na gut, ne. So, so, so. Ja, Angriff ist halt die beste Verteidigung, ne. Da kann man sagen, was man will. So. Ich warte jetzt noch auf eine Ladung Gold, die hier neu spawnt. Ähm. Da habe ich ein wenig Bock drauf, muss ich sagen. I'm waiting, I'm, 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 I'm waiting, ähm, because I want to have the best bow and an iron sword. Ähm, so. 17. Ich freue mich noch 18. Oh. Ich hätte es mir nämlich gar nicht leisten können, aber da da ein Sponsor ziemlich freundlich war. Und mir ein bisschen was überlassen hat. Von, ach ja. Ah, natürlich besonders klug. So. Na, war natürlich auch besonders. Alter, was baue ich denn hier bitte? Ich baue hier einfach, anstatt mich einfach gerade hoch zu bauen. Ne, ich baue jetzt hier so ein paar Umwege, weil das ziemlich cool ist. Das macht auch Spaß. So, ich habe das... Gott im Himmel, bin ich gerade unkonzentriert. Danke, Torben. So, ich muss mich ja noch wieder anders hinsetzen. Mir fällt auf, ich mache das extrem oft, aber... Yolo Swag. Alter, das ist so hell. Eben war das noch nicht so hell. Die Sonne geht halt bei mir genau unter. Ähm, hier auf der Seite. Und deswegen ist das so. So, Torben. Am Start, Leute. What's up? Hm. Ihr habt keine Rüstung. Braucht ihr auch nicht. So, ich hoffe, dass ihr... Ach ne, die können sich keine Hinterpäder lassen. Dann mache ich mir Sorgen am falschen Ende. Kann man das sagen? Kann man bestimmt sagen. Ähm, so. Ich möchte aber schon gerne eine Eisen-Chestplate haben, wenn ich den Westenbogen und Eisenschwert habe. Das wäre echt eine hohe Leuchte. Er hat ihn einfach angezündet. Okay, ich glaube, das... Hat er noch ein Knockback? Hat er noch ein Knockback? Nein, hat er nicht. Äh, weiß ich nicht. Aber ich habe ihn auf jeden Fall getötet. Okay, dann hat er keine Eisen-Chestplate. Äh, keine, 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 keine Jetplate. Ähm. Und da sieht man jetzt noch wunderschön die Sonne. Vielleicht kann ich die Verabschiedung hier so machen. Da sieht man halt nur meine Hand nicht. Die ist jetzt nämlich da. Weil da ist ein Fenster, wo die Sonne halt durchscheint. Und, ja. Und das sieht man übrigens auch... Moment. Da, da sind die Fenster. Da, also das ist so ein Schrank, da spielt sich das halt drin. Da sind die Fenster. Und da sitze ich. Da ist mein Kopf. Da ist mein Hauptbildschirm. Da sieht man Minekraft drauf. Wenn ich mich jetzt in Minekraft besiege... Ist das mein Hauptbildschirm? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Da sind die Fenster. Und hier ist halt noch eins. Und die Sonne steht gerade genau da vor. Also quasi für mich jetzt da. Äh, da hinten im Schrank wäre das hier. Und, ähm, ja. Egal. Das ist ne Jugendliche keinem, was ich hier wieder erzähle. Ähm. Wenn es euch gefallen hat, das doch einfach einen Daumen nach hoch. Nach hoch da. Ähm. Ich hoffe, das interessiert keinen, wie ich hier in der Facecam beleuchtet bin. Das kommt später dazu, wenn ich professioneller werde. Ähm. Und, ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zunächst mal wieder. Ach, um nichts mehr zu verpassen, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Dann sehen wir uns zunächst mal wieder. Meine Hand wird hier nämlich langsam auch schon schwer. Haut rein. Und ciao. Und, ja.